Gute Rolle oder böse Rolle? Böse Rolle. Ich bin der Böse. Ich schleiche durch die ganze Oper hindurch und bin böse. Und was war Ihre Lieblingsoper bis jetzt? Mir hat jede gut gefolgt. Also ich bin ganz angetan. Und Sie haben auch Ihr Schlafzimmer in Richtung Kaiserhof. Das heißt, auch wenn Sie nicht hier sind, hören Sie uns zu. Ich kann nebenbei sogar arbeiten, manchmal sogar Predigten vorbereiten und höre die gute Musik, das beflügelt. Aber ich werde sie trotzdem nicht singen. Was ist deine Rolle heute? Gute Rolle. Gute Rolle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020